Ja, wunderschönen Tag, liebe Zuschauer, Thorsten Scholz mein Name und ich begrüße euch wieder mal recht herzlich hier bei uns, unserem privaten kleinen Fernsehkanal. Ich bin heute in der glücklichen Position, euch eventuell die iTunes-LP näher zu bringen. Und zwar möchte ich euch dazu mal ein paar Sachen sagen, das ist eine ganz, ganz, ganz feine Sache. Und zwar kann man sich zu dem normalen Album bei iTunes noch die sogenannte iTunes-LP runterladen. Das ist so eine Art kleine eigene Welt, sagt man. Und zwar sind da Sachen dabei, damit habt ihr nicht gerechnet. Das wird euch vom Hocker hauen und das wird die Parfänge, die man ja mehr bezahlt, das passt schon. Ich versuche jetzt mal ein bisschen für euch das mal so klar zu machen, dass das auf alle Fälle, ja, das sind tolle Sachen sind, die man hier sehen kann. Ihr seht erstmal wunderschöne Aufmachung, sieht so ähnlich aus wie Cover, gleicher Style und so, alle schicki schicki. Und wir fangen gleich mal an mit den, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Features, sagt man, was? Sagt man Features? Content, Alter, Content, hat man, letztens hat er mal Content gesagt. Also Content Nummer eins, für alle, die mitsingen wollen, wir haben die Texte, war? Fix It, erster Song, kennt man ja, oder kennt man dann auf alle Fälle richtig, kann man mitsingen. Milk and Honey und so weiter. Hier habt ihr den Text, klasse, dazu super Fotos, wie ich finde, von Thomas, teilweise in L.A. geschossen. L.A. ist jetzt nicht unbedingt ein Grund, das nicht zu kaufen, aber das ist eine geile Info, finde ich. So, pass auf, hier weiter geht es. Texte haben wir. Des Weiteren gibt es die Notenblätter. Ich kenne natürlich alle geneigten Zuhörer, alle geneigten Freunde dieser wundervollen Band, wie ich finde, nach der großartigen Aktion von Milk and Honey, kann ich immer nur sagen, kann man mit jedem anderen Song machen, wenn jemand sagt, ich will unbedingt automatic nachsingen, geht es hier ab. Guck mal, Noten, Noten, Noten. Ich persönlich, wie es jetzt nicht inarbeitet bedeutet, aber, ja, vielleicht gibt es ja ein paar von euch, die Noten lesen können. Die können da mal durchsteppen. Alle Songs, bam, alle elf Songs. Ich preiste den Jahre Ultra an, wurde mir so angetragen, mache ich natürlich, wa. Für mich kein Problem. Des Weiteren, Snapshots, das ist der coole Übergriff für Fotos, für Bilder. Die haben wir und einige renommierte Fotografen unseres Landes im Proberaum geschossen, im Studio oder, wie man sieht, zum Beispiel wieder in Los Angeles. Für mich ein Kaufgrund, weil wundervolle Fotos von Thomas und Arnim in Los Angeles. Wir sehen hier Marilyn Monroe, Peters Gitarre. Da ist eine Menge Schnickschnack dabei, die müssen wir uns jetzt nicht alle angucken, weil dann ist ja die Überraschung weg. Dann guckt ihr euch das an und kauft sich die iTunes-LP. Das wollen wir ja alle nicht. So, weiter Credits. Ich weiß nicht, wen ihr interessiert. Wer hat die Platte gemischt? Wer hat was gemacht? Ganz interessant, dass ich zum Beispiel zusammen mit Bern, Peter, Arnim und Thomas die Sachen geschrieben, arrangiert, performt und aufgenommen habe im Proberaum. Das ist vielleicht mal ganz interessant für den neigten Zuschauer oder auch Zuhörer. Und als letztes, also mein persönlich Schmanker ist die BTV-Folge, die ich euch jetzt heute vorenthalten werde, weil wir wollen es jetzt hier nicht ganz offen machen, dieses wundervolle Paket, was hier wundervoll von iTunes angeboten wird. Und jetzt werde ich bestimmt bald verhaftet von meiner Band, weil sie mich hier wunderschön anpreisen, anpreisen. Aber ich kann nur sagen, das lohnt sich, weil hier befindet sich ein 13-Minuten-Film in dieser iTunes-LP, wo Peter, Bernd und auch ich wieder mal die Platte erklären. Und wie ich finde, ähm, ja, wie ich finde, sehr gut. Kann man sich überraschen lassen. Da ist eine Menge Käse dabei, aber auch eine Menge gute Sachen. Und vor allen Dingen Bernd immer zuhören, der kann kluge Sachen erzählen. Ja, das war eigentlich alles. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu schnell, weil dann muss ich es nämlich nochmal machen. Das ist nämlich hier One-Shot, um das mal kurz zu erklären. Ja, wie gesagt, war alle drinne, was man braucht, um eine Platte richtig zu, ähm, naja, um sich damit nochmal richtig zu beschäftigen. Ist quasi wie, als wenn eure Eltern sich früher auf die Couch gelegt hätten und das Cover von der LP durchgeblättert haben. Sodass ihr eh vorm Rechner sitzt, den ganzen lieben langen Tag. Und da macht da mal kurz 20, 30, 40 Minuten mal was vernünftiges. Nämlich hört euch die Platte an, guckt euch die Noten an, lest die Texte euch durch. Totale Bombe. Bitteschön. 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 Vielen Dank.